Hier sind die besten Settings für dein Wooting-Keyboard, wenn es um FPS-Shooter wie zum Beispiel Valorant oder Counter-Strike geht. Das sind wirklich highly competitive Settings, deswegen übernehmt die Settings sehr gerne, wenn ihr besser werden wollt und jetzt viel Spaß. Also Freunde, wir gehen jetzt hier einmal meine Settings von meiner Wooting durch, okay? Ihr seht die groben Details hier oben schon eigentlich alles, was ich erst eingestellt habe. Wir fangen aber erstmal an und zwar, Farbeinstellung ist eigentlich relativ geil, wir scheren das mal in Performance rein. Overall, Auslösepunkt von den Tasten habe ich auf 1 mm. Ich habe für bestimmte Tasten die Auslösung einzeln angepasst. Ich habe zum Beispiel das hier oben, das ist halt mein Ding zum Klippen, deswegen habe ich das auf 4 mm. Dann habe ich WASD auf 0,1 mm. Ich habe Escape auf 3. Dann habe ich einmal Shift und Steuerung, also Sneaken und Crouchen auf 0,5. Windows habe ich auf 3, dass ich nicht aus Versehen raustappe. Und Leertaste habe ich auch auf 3, weil ich hüpfe auf Leertaste und aber auch auf Mausrad. Und ich kann manchmal aus Versehen auf Leertaste und Hüpfe aus Versehen, deswegen habe ich das ein bisschen hochgestellt. Rapid Trigger habe ich an, da habe ich die Sensitivität auf hoch gemacht. Und der Tachyon Modus, den habe ich auch an. Jetzt kommen wir zum interessanten Part, nämlich erweiterte Tasten, wo wir die Software Rapid Snappy oder Snappy Tappy einstellen können, also SOCD. Aktuell spiele ich mit Snappy Tappy, also SOCD. Das ist quasi die Software, die Razer ins Leben gerufen hat. Die aber auch Booting nach 24 Stunden reingemacht hat und so wie auch, ich glaube auch Steelseries haben jetzt auch nachgezogen. Und ich denke mal, dass die Software jetzt auf jeden Fall die nächsten neueren Keyboards alle bekommen werden. So, SOCD habe ich wie folgt eingestellt. Ihr seht es hier schon, ich habe SOCD auf jeden Fall letzte Eingabe Priorität eingestellt, also so wie es eigentlich normal sein sollte. Rapid Trigger an und auf 0,1 mm und als Taste natürlich A und D, weil es geht ja um Straven bei SOCD, deswegen A und D, wie ihr es hier schon sehen könnt. Und das war es eigentlich auch schon bei den Settings, Freunde. Ihr könnt die sehr gerne so nachmachen, sind für mich auf jeden Fall für Valorant und Counter-Strike die besten Settings, die man aktuell bei so einer Art Keyboard einstellen kann. Natürlich kann man hier und da noch ein bisschen was anpassen, das ist alles persönliche Präferenzsache, ne. Aber für mich sind das aktuell auf jeden Fall die besten Settings und ich muss sagen, dass das Booting Keyboard oder generell die ganze Software aktuell wirklich ein riesen Game Changer ist. Übernehmt die Settings sehr gerne, Freunde. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, lasst sehr gerne wie immer ein Like da, irgendein Kommentar, weitere Fragen sehr gerne in die Kommentare schreiben, Freunde. Und da bedanke ich mich fürs zu Ende schauen, Freunde. Wir hören uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream auf Twitch, Freunde. Ich bin so gut wie jeden Tag live, deswegen folgen auf Twitch lohnt sich. Wir sind gerade auf dem nächsten Twitch-Partner, deswegen würde ich mich mega freuen, wenn ihr mich auch auf Twitch ein bisschen supporten würdet.